Das ist von dir so ein feinerenischer Dach. Das soll von dir aus aus noch sehr schneien. So, immerher. Ich nehmt euch was merken. Dort nennt sich hier Chicken Fajitas Enchiladas. Das sind Chicken Fajitas und Enchiladas, zwei in einem eigentlich merkt. Ich werde es euch anschmecken, so ich will ihnen dort wiesen. Ich schaue die gleichen dort, dann fahre ich euch. Da werde ich euch entwiesen, was wir hier alles machen können. Hier haben wir Wetter Mehl Tartillas. Hier haben wir Korn Tartillas. Hier haben wir Syrer Schmaunt. Sour Cream, Crema Agria. Aber ich werde auch nicht gleich in die Gewinne schmaunt. Hier haben wir 3 Liter Backfleisch. Chicken Breasts. Pechuga de Pollo. Und hier haben wir dann den Raudet. Enchiladasauce. Aus Exels gemerkt hat. Das weiß ich nicht. Wie der noch mal saß er fertig. Und hier haben wir 3 Peper Schauten. Ich kann auch nicht rein machen, was ihr haben. Und hier haben wir eine Sippel. Und hier haben wir dann noch Wetter Teils. Mozzarella. Ich kann so ein Teilsbrot und sie dann danken. Wir werden aufhangen. So. Okay. Die Heine Bitterfleisch. Badfleisch haben den Schmack aufgewaschen. Aufgedreht. Und dann wird dann da. Das sind eben ein Schrappetmaß. Dann dürfen wir da. Die Haufte langschnieden. Das ist die Pollo. Oh nein. Was kann eine Kiste? Das ist ein Traum. Und dann kann der Brot nicht fiel mehr durch. Weil es schmeckt Brümbrot. Die Schmack Brübote. Aber auch nur Sonne Feine wie der Fleisch. Na, was ich noch wollte wissen. Hier haben wir am Stuhl gekauft. In Schlarrlуж. Weil wenn ihr steht es vor dem Kern. Dann gehört wir uns dort rein. Wieder links. Schon gleich das, Peter. Was ich da einmal von dich bewiesen haben. Las Palmas. Einstich haben noch Waxinanler Victoria. Wenn das nicht. Ich habe auch erst von der Stuhl gekauft. und die haben noch gegründet, was sie gegründet werden. So, die sind in Schlatter-Sauce, was die gleiche gebrochen. Jetzt haben wir die Heiner-Broten. Okay, jetzt haben wir hier die Blut, haben wir ein bisschen warm gemacht, und dann haben wir die Heiner-Broten, und dann haben wir die Heiner-Broten. Wow, das schmeckt. Brünn-Broten auf der Seite. Das haben wir hier gesehen, und das war die Knie noch was, was das Paar, was in den Salthamnien, die gemeinnahmen, so. Da, alles wird, wie das nicht, als die Paar-Broten, die wollen die allerfein Brünn-Broten. Da hat Heiner das Fleisch-Fam-Tjahn-Schmack zu looten. Na, ist gut. Wow, jetzt sitzen unsere Heiner, die sind gut. Wenn die drauf nehmen, dann wurde die Tränke verschneiden. Hier sind unsere Heiner, direkt für das Schmack-Tau, dann sollten wir die so lange setzten, die wir die Tränke haben. Da waren die viel süßiger, viel Wege anscheinend, wenn die Schmuck tot einget hat. Mit Rühren. Heute machen die immer Rühren. Okay, das ist gescheinchen. Wir haben bereits alle Schmuck tot geschnieden. Wir haben das Hühnerfleisch auch. Und sie schneiden, kleine Strebelchen. Dann haben wir alle durchbrotten. Und dann haben wir auch ein Chiladas mehr. Und dann haben wir alle Schmuck und viele Strebelchen geschnieden. Okay, wir setzen uns dieses Glas weiter. Nun kommt es ja alle weg. Und das erste wird immer sein. Die Zippel muss die Zippel nehmen. Das ist ein langes Brot, aber das ist ein bisschen grün geworden. Und da wird die Wege rein zu nehmen. Okay, wir setzen die Zippeln, die sind nur am Pfarrm knieb. Das ist schon ein bisschen grün geworden. Und dann dauert die Wege rein zu nehmen. Über den Tag prüren wir dazu. Mehr ist gut. Das tut nicht schmuck. Hier war es ein bisschen Salz. Nicht zu viel. Nur Salz ist zu viel. Und dann hier war es ein bisschen Papier. So. Das kommt dann sehr schmuck zu lösen. Okay. Das war uns hier in Schlatter-Sauce anrühren. Hier haben wir ein Koffel in Schlatter-Sauce. Und hier war es dann von euch hier. Einen halben Eetlepel. Und dann war es hier durchrühren. Und dann haben wir dort noch durchbrot mit Fleischthalp. Und dann hier war es noch einmal so viel anrühren. Wenn ihr den nicht mag reichen, dann braucht ihr auch nicht. Dann dauert das gut so. Oder weil ihr schmunt leichen. Wenn ihr das essen würdet schwapper. Weil so ein Sour-Cream-Brottensitter. Eins gebraucht noch Joghurt. Da braucht ihr dort. Und bei Ektar sagt, ich würde von dir Sour-Cream. Das ist ein Syr-Schmunt. Hm. Das riecht sogar schmunt. Echt wohl hier. Da haben wir so einen unangliedbesten Papier-Munk. Ihr darf nicht, wenn ihr wollt. Wir machen. Ist das rein? Dann haben die. Die reinste Hände, die stehe Brot sind. Da war ein Rotamann. Okay. Da wollen wir das Hühner-Fleisch tunieren. Boah. Das sei jetzt eine feine Hühner-Fleisch. Und dann wollen wir dort die Enchilada-Sauce aufmachen. Was ich große Reihe redet. Und wenn ich sage, wenn die nicht dazu schmunt leichen, dann wird die andere schmunt. Aber ich hätte nicht weit wissen wollen, dass die Enchilada-Sauce hier doch. Weil ich leiche dort. Die hat dann ein bisschen schwappelt. Geschmack. Und jetzt vielleicht ein bisschen Sour-Cream. Ich würde das nicht brotten und ich würde sagen, da wollen wir ein Schiladas merken. Huuu. Sieht das schmack an der Welt. Ich würde das bloß noch einmal wissen. Was habe ich von der? Seier. Seier. Scheinlich wurde das von der Verungasschäben. Okay. Da wollen wir die Taktiersten Kniebästchen abwärmen. Damit wir die besser abrollen können. Wenn du am Saal noch wirklich ein bisschen Brüner merken. Seier. 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 Und hier steht es nähen und es ist ein Plut, wo auch noch eins ist dort, das Einzige, was sie dann tun, ist, dass die Saus noch ein bisschen nähen. Ein bisschen Fleisch, und dann war ein bisschen Kais, rollen die Taub. Und dann da hier eine Plut, da waren die Plut voll, da waren wir durch die Heimel Teise, und mit so einer Salsa, und da waren wir dort backen. Okay, klicken wir auf die Saus backen. Und hier, was wir da haben, ist dann da, wo die Heimel, alle weh in die Beste, die Ewa scharpen, das scheine Enschilada-Sauce. Und in den Oven lauten wir ab, hätten wir 350 Groen Fahrenheit. Und dann, äh, wo wir die Nähe haben, für circa 20 Minuten oder so, und dann, wo wir die Rüten nehmen, wo wir die Heimel durch die Kais Ewa, und dann, wo die Heimel Nähe haben, wo das Verschmalken ist. Und da werden wir Ovenkasse essen. Ist das schmalk oder was? Okay, da werden wir uns noch ein paar, Korn-Tortisse abwauen, werden wir auch noch ein paar, ein bisschen anders merken mit, mit Korn. Die schmecken ja auch immer sehr schön. Okay, dann merken wir noch hier eine Bonsch, äh, eine Heerde mit, äh, mit Korn-Tortisse. Meine Früchte leichte immer ein bisschen besser. Wurde, liebe Thais, warte noch, kratzes dort. Und dann war da das Fleisch. Jetzt haben wir Säure, Nahte, Tartisse. Dadurch kann ich viel nähern, aber das sind dann, da musst du bloß ein paar mehr Esch haben. So, kratzes dort. Und dann wollen wir, das ehemalige Fleisch alle abrotten, mit, mit Korn-Tartisse. Und dann, guck mal, wir abrotten, und dann, wir können es auch ganz voll machen, und dann, der Körwerk erfrieren. Und dann haben wir, äh, bestellt, Enscheladas. Und dann, guck mal, da, drösselt. Du, äh, du, äh, du, äh, 20 Minuten gebackt, 350 Grad Fahrenheit. Und nun, äh, wir werden jetzt hier, unser Kais fliehen. Dann, werdet ihr noch einmal steckt, 10 Minuten, oder so nähen, wo der Kais aller Schmack versmalt ist. Und dann, wir wollen ihnen sagen, das wollen wir abdessen. Oh, ah, wenn der Kaisел ist, was alles nicht mehr. Warum nicht? Ohohohohohohohohohohohohohoho. Und die andere, was wir ihnen erwiesen sind, was wir festhalten haben. Die wir den Kakschessort infrieren. nachher wollen wir das abdämmen, dann dürfen wir die einmal abhärten dann dürfen wir das Teufel immer abhärten, weil das Teufel schmack verschmalkt ist und an der Startreihe war einmal hastig ausgeschrieben, aber immerhin das Kraig soll von dir ans Unkass geben, denn nun wollen wir dort drei in den Back nehmen und dann wollen wir wissen, was es ist, denn dort ist es gut ist noch einmal steckt 5 Minuten ok, nun wollen wir wissen, was hier drin kommt, wie das strömt ein bisschen auf hier wow jetzt geht's mal das sind Chicken Fajitas Enchiladas nun wollen wir essen jetzt geht's mal, wo die Prezlen das sind Chicken Fajitas Enchiladas nun wollen wir abdäschern jetzt ist der andere Plot mit Enchiladas, mit Ris mit Avocados Jalapenos ein bisschen Zitron nun wollen wir essen das wird sehr schön schmecken ok, dann wollen wir mal essen wie ich immer sage, wollen wir dankbar sein, dass es gut war wir haben, dass es gut war wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben die Kraft, wir haben, was wir wollen so wollen wir immer dankbar sein so die sagen, wenn man ein scharf hier ist, ist ein dankbarer Mensch so wir wollen dankbar sein, dass es scharf hier ist so nun wollen wir das mal schmecken das erste, wollen wir nicht für jeden das hohohoho dann haben wir nicht für den Herd gekauft wow 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 oh oh, Papa ok nun, nun wollen wir diese Chicken Fajitas Enchiladas machen und und wir haben eine neue Postel mit geklaut wobei ich kein Einges sagen die kann ich märken, erfrieren auf die Wart so gut schmack sein das tut die märken rück so wir essen, was die Uhrweite weil die diese sich allgemein weiß kann die erfrieren und dann die immer rein, das abdäben und beteisen ab und backen und abheppen und die Jastrieren und dann die rein und dann habe ich hier noch die kleine Ries mit gewählen die kann dort noch Schaublembi oder whatever mir hundert sind ja bloß nur mexikonischer Ries schmeckt jetzt so oh das schmeckt so schön wenn der wahl gemäß wir sagen aber, mit vernünftig jedem mit dem her mit so eine Hecke und das schmeckt so schön hmm woah das schmeckt märkter rück nicht weiß die woher es macht better was ihr nicht leichter schmeckt sehr schön märkter rück Musik